Die Isotec Kellerbodensanierung ist ein relativ neues Gewerk von Isotec. Nach jahrelanger Forschung ist sie seit 2017 im Programm. Für die Fachzeitschrift B&B – Bauen im Bestand – ist die Kellerbodensanierung bereits jetzt preiswürdig, als Produkt des Jahres 2018. Wir versuchen mit dem Preis Innovationen, die für die Branche, für unsere Leser interessant sein könnten, gesammelt darzustellen. Für Wände gibt es schon verschiedene Systeme. Bei Böden war das teilweise jetzt problematisch. Insofern ist es ein System, das es ermöglicht, bei der Feuchtebelastung, Bodenfeuchtigkeit, den alten Boden drin zu lassen, wenn er noch tragfähig ist, und einfach nur eine dünne Schicht aufzutragen. Das ist etwas, was man gut gebrauchen kann. Ein Preis für die Kellerbodensanierung, ein neues Isotec-Gewerk zu gewinnen, ist für uns besonders wichtig, weil es uns zeigt, dass gerade im Bereich der Kellerbodensanierung ein Riesenbedarf ist und somit freuen wir uns, dass wir ausgezeichnet wurden. Kellerböden mit aufsteigender Feuchte können mit der Kellerbodensanierung abdichtend beschichtet werden. Weitere Informationen auf isotec.de